Nummer 5 Diese Kamera verfügt über einen 20 Megapixel CMOS-Sensor, mit dem Sie weit entfernte Objekte aufnehmen können. Zumal sie über einen 65-fachen optischen Zoom verfügt. Sie ermöglicht die Aufnahme von hochwertigen Videos in Full-HD-Auflösung von 1080p und 30 Bildern pro Sekunde. Sie verfügt über eine WiFi-Konnektivität, die Ihnen eine große Vielseitigkeit bietet. Zumal Sie Ihre Kamera mit der PixPro Remote Viewer App fernsteuern können. Außerdem können Sie Ihre Fotos und Videos ganz einfach mit all Ihren Freunden und Familienmitgliedern teilen. Sie verfügt über ein hochwertiges LCD-Display, damit Sie die Ergebnisse sehen können, und einen Lithium-Ionen-Akku, der Ihnen mehr Vielseitigkeit bietet. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 4 Diese Kamera ist kompakt und bietet gleichzeitig sehr fortschrittliche Funktionen für die Aufnahme von Fotos in sehr hoher Qualität. Sie kann Videos in 4K und mit 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen, sodass Sie Ihre Momente in hoher Auflösung festhalten können. Dank des 60-fachen Zooms können Sie alles, was Sie wollen, perfekt fotografieren. Mit dieser Kamera können Sie auch bei Nacht großartige Aufnahmen machen, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine hohe Bildqualität aufweisen. Sie verfügt über einen 18,1 Megapixel MOS-Sensor und einen hochwertigen LCD-Touchscreen. Außerdem verfügt sie über eine eingebaute WLAN-Verbindung und ein einzigartiges Fokussierungssystem, mit dem Sie Fotos aufnehmen und anschließend fokussieren können, sodass Sie verschiedene Fokuspunkte auswählen und die Fotos an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 3 Sie verfügt über einen 50-fachen Zoom, mit dem Sie auch weit entfernte Objekte mühelos erfassen können. Sie ist mit einem Carl Zeiss VarioSonna Objektiv ausgestattet, mit dem Sie bei all Ihren Aufnahmen ein außergewöhnliches Bild erzielen können. Sie verfügt über eine Wi-Fi- und NFC-Verbindung, mit der Sie Ihre Kamera problemlos mit anderen Geräten verbinden können. Mit Ihrem BIONZX Bildverarbeitungssystem ermöglicht Sie eine höhere Geschwindigkeit der Bildverarbeitungsengine. Dies ermöglicht wesentlich professionellere Aufnahmen ohne betonte Konturen, die natürlicher wirken. Sie verfügt über einen 20,4-Megapixel-Fotosensor mit Exma-RCMOS-Technologie, der bei allen Lichtverhältnissen für präzise Aufnahmen sorgt. Sie enthält eine wiederaufladbare Batterie. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 2 Dank des großen 24,2-Megapixel-Sensors im DX-Format können Sie Fotos in professioneller Qualität aufnehmen. Sie verfügt über einen Empfindlichkeitsbereich von 100 bis 25.600 ISO, so dass die Farben unabhängig von den Lichtverhältnissen erhalten bleiben. Sie verfügt über ein hochauflösendes LED-Display, auf dem Sie Ihre aufgenommenen Fotos einfach und in hervorragender Qualität betrachten können. Mit DSLR-Qualität können Sie die Kamera so einstellen, dass Sie perfekte Fotos und tolle Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen können. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 1 Dank Ihres 24,1-Megapixel-Sensors ist sie eine der hochwertigsten Spiegelreflex-Kameras. Sie kann einen bis zu 19-mal größeren Bereich abdecken als ein Smartphone. Was die Qualität Ihrer Fotos erheblich steigert. Sie hat die Fähigkeit, einen unscharfen Hintergrundeffekt zu erzeugen, der all Ihren Fotos ein sehr künstlerisches Finish verleiht. Sie verfügt über einen hochauflösenden 3-Zoll-Bildschirm und einen optischen Sucher mit einer Abdeckung von 95%. Mit ihr können Sie Videos in Full-HD-Qualität mit 30 Bildern pro Sekunde und manueller Steuerung aufnehmen. Sie verfügt über einen leistungsstarken Blitz, mit dem sich auch bei schlechten Lichtverhältnissen alle Details problemlos erfassen lassen. Sie ist mit SDHC-Speicher kompatibel und Ihr optischer CMOS-Sensor sorgt für höchste Qualität bei allen Fotos. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Beideein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020